Sie hören Erklärungen aus einer geführten Tour, doch hier handelt es sich um etwas Neues. Hier geht es um einen Besuch mit Sehbehinderten in der Alhambra, im Palast von Carlos V. Sie besuchen eine Ausstellung, die Los Tendilla gewidmet ist. Es ist nur eine der Aktivitäten, die die gemeinnützige Organisation Kaleidoskop fördert. Olaya ist Touristenführerin und ihre Stimme spielt hier die Hauptrolle, aber sie nutzen auch andere Werkzeuge, um jedes Kunstwerk und jedes Museum anzupassen. Das Ziel ist, blinden Menschen den Zugang zu erleichtern und die kognitiven und emotionalen Erfahrungen eines Bildes zu übermitteln.